So, Helden Liga. Oh, wir beide müssen Highland Tank spielen. Karlsson. Soll ich sonst noch jemand einen Pliepick machen? Der ist standaufgabe zu sein. Okay. Jawohl. Okay. Okay. Nichts hält den Schwarm auf. Kanzler Kohl. Ah, an dem sein Kollege, der müsste hier Rainer Kalli heißen und dann den Rainer einloggen. Oh, da muss ich wohl Gesul spielen. Nein, ich spiele was du willst. Kann einen doppelten Support machen, also einen zweiten. Oder noch ein DD oder ein Gesul. Geht alles. Guck mal, wir haben ja noch Zeit. Guck mal. 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 Das war ja ganz gut, ehrlicherweise. Thrall? So, mit Karazin. Auf der Map? Ich wär für Thrall. Du wärst für Thrall. Na gut. Da möchte ich deinen Wunsch nicht abschlagen, aber ich wär persönlich eher für Xul gewesen. Wir haben schon einen harten Pusher. Schöner Mili DD. Passt ganz gut. Nara tänzelt hinten rum. Karazin, du, ich vorne. Wir haben auch 3 Mili DDs. Mal gucken, ob ich noch den guten alten so kann. Aber ich denk schon. Ich bin mir nur unsicher bei dem ersten Talent. Ob ich da... Mit dem Range. Ja. Range mit dem Blitz. Ja. Denk ich auch. Ja, weil manchmal, grad so gegen Kerrigan, kann auch blocken nicht schlecht sein. Aber... Ich denk, das brauch ich nicht. Ah, Thrall ist schon echt ein geiler Held, ey. Wenn ich den nicht so durchgelutscht und zweimal wieder verdaut hätte, dann... Ja, der ist echt richtig gut. Auch gegen die ganzen Mages, die so oft gespielt werden. Da ballerst du dir einfach ein Zauberschild rein. Und überfährst sie. Ja. First Blood, oder was? Ja. Dass wir gar nicht deinen Höllenhammer wieder heisst. Nee, das Elite Skin hier. Achso. Ah, ich hab ja mittlerweile von, äh... Lass mich nie lügen, von 20 Helden oder so einen Elite Skin. Oder von 15 Helden? Ich weiß nicht. Irgendwie sowas. Geist, lass mich doch nach vorne. Das würde ich als Close bezeichnen. Was? Ja, guck dir meinen Lifebar an. Ich hatte nichts mehr. Achso. Ich dachte, ihr meint, dass der Mogalin weggekommen ist, was da nämlich nicht mehr ist. Nein, nein, nein. Den hab ich mir noch gegönnt. Ich bin voll reingedingert. Er hat die Kerrigan festgehalten, draufgehauen und dann musste ich schon weg. Na, muss jetzt auch weg. Ups, Scheiße. Ich brauche mal da. Ohhhhh. Wihm. Ups. Uh. Ohhhhh. platforms. McKinney. Tja. 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 Okay, ich habe zwei gegen mich hier. Room der Order! Ah, ja gut! Pling! Pling! Can I design this a character in our home comes? No partner, I'm not going to go pack. No, thank you. Give me up. Okay. 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 Dann rein da unten Scheiße Man Ich krieg sie nicht Lauf mir mit 10% davon Tja Und ich werde geholt Ah ne Das ist wirklich wahr Yo man Pauli ich hab zu mir Was machst du Ich bin Ich bin Vielen Dank. Achso, Rückzug, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Was ein Idiot, ping mir Rückzug, ja, weil da zwei Leute sind, die Kerrigan im Busch, ich sterbe und dann geht er denen und macht denselben Fehler. Das ist ja graniös. Nein. Nein. Kerrigan MVP, ne? No. Ach, ey. Das war scheiße. Nicht mehr. Ok, jetzt nochmal. Ah, scheiße. Oh, Alter, ein Glück hier, Mann. Ah, ja. Oh, fuck my life. Oh, jetzt habe ich Riesentöter, vielleicht klappt es jetzt was besser, aber ich bin schon ziemlich low hier. Okay. 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 AUSHUG, ne? In der Mitte. I have the statement we can find. Oh, nein. Oh, nein! Ja gut, das ist schlecht. Der ist schon einigen Mal abgeholt worden. Mhm. Camps. Komm, wir haben zum Hardcamp. Ja, sofort. Ja gut, komm, 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 komm. Das ist geil. Das ist auch anders halt, kann man machen. Bald werden die Schreine erwachen. Okay, unten ist jetzt echt ein guter Push, da können wir vielleicht ein bisschen... Oh, geh du mal bitte, geh du mal bitte. Da ist keiner. Ah, die lassen sich auch oben wieder alle abfahren. Die Zagara hat auch Dings geskillt, ne? Und Nils hat aber überhaupt gar nichts am Start. Und jetzt ist total schlecht von der. Stun, Stun, Stun. Ja, die hat ein paar nütlos Dinger. Ja, sowas nicht. Ah, es ist schon wieder klarer Fall von Death Rotation hier, wir sind nie zusammen. Ah, immer dasselbe. Oh, komm noch raus. Ja, das war zu offensiv. Kommt doch eh weg. Oh, jetzt wird die Ulti, ne? Alter, hab gedacht die sterben noch beide sogar. Ja. Wer ist denn da drin eigentlich? Moradin, oder was? Na klar. Die Lunara ist hinterher gechased und die Liming hat sie einfach aufgegessen. Hammer, hammerhart. Hammer, hammerhart. Ich sehe schon die Carrigan gleich hier wieder vorbeikommen. Ja, komm. Ja, komm. Oh, fuck. Oh nein. Fuck, nein. Ach, Dreck, Junge. Das ist doch scheiße. Das passt irgendwie gar nicht. Eigentlich. Eigentlich schon. Wir spielen doch einfach kacke. Okay. Okay. Ah, tschüss Lunara, ne? Ah, tschüss Lunara, ne? Ah, tschüss. Bleibt dabei, wenn man auf Nius Netzwerk geht, dann muss es wesentlich besser sein. Ah, zäbzor ist. Ah, zäbzor ist. Alter, ich krieg's so viel Damage rein. Wir haben Sylvanas und haben nicht mal das Kick gekriegt, Junge. Das ist nicht bad. Okay, ich bin wieder tot. Junge, Junge. Einfach scheiße. Karasim kriegt mich nicht hochgehielt, nicht ansatzweise. Ich platz einfach immer weg. Das ist scheiße. Sundering hat auch einige getroffen, ne? Aber es stirbt halt einfach nix. Pff, boah. Die Schreine erwachen erneut. Wer wird den Drachenritter beherrschen? Boah! Waaah! 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 Keine Chance ey, die pushen uns zum Universum, echt! Loll! Krass Wie gesagt, Stun, Stun, Tod immer Also, Usa, Kerrigan, Stun Kommt kein Heal und Tod Ja, genau Kerrigan hat uns richtig zerstört Ja, Kerrigan, Usa, das waren halt böse Wenn man Divine Shield auf die macht Ja, und Muradin auch Das war Kerrigan Stun, Usa Stun, Muradin Stun, Tod Und als Nahkämpfer komme ich da nicht raus Dann bin ich dann einfach platt Viel zu krass, viel Stun Und Der Karasim konnte es nicht heilen Ich weiß nicht Ich glaube, der hat gar nicht so mega schlecht gespielt Aber Keine Ahnung